Apostelgeschichte 16, nehmen wir es bei 27 auf. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und, als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, sog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da förderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wenn jemand an das Evangelium glaubt, 1. Korinther 15, 1-4, Wie Christus für unsere Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist, ist er sie in dem Moment gerettet, mit dem Heiligen Geist versiegelt, wiedergeboren in Christus und schon bereit für die Entrückung. Es ist eine beschlossene Sache, untadelig, unbestreibbar und unverhandelbar. Es gibt drei Phasen der Lösung. Erstens, wir sind gerechtfertigt von der Strafe der Sünde gerettet. Dies geschieht im Moment des Glaubens. Es ist Vergangenheitsform, also schon passiert. Zweitens, Heiligung. Wir sind von der Macht der Sünde gerettet. Dies ist ein fortlaufendes, fortschreitendes Wirken des Heiligen Geistes in uns. Es ist gegenwärtig, es passiert jetzt gerade. Drittens, Verherrlichung. Wir werden von der Gegenwart der Sünde gerettet. Dies ist die Zukunftsform, die bei der Entrückung geschieht. Wenn ein Mensch an das Evangelium der Gnade glaubt, wird er für immer ein Kind Gottes und Gott schenkt ihm ewiges Leben. Römer 6, 21 durch 23, 2. Thessalonicher 2, 16 durch 17, 1. Timotheus 1, 16 und Titus 1, 2, 3, 7 durch 8. So, Römer 6, 22 und 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und gottdienstbar geworden seid, also von der Sünde frei, gerechtfertigt, habt ihr als euer Frucht der Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der lohne Sünde ist der Tod, aber der Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. 2. Thessalonicher 2, 16 und 17 Er selbst aber, unser Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch was? Durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. 1. Timotheus Kapitel 1, Nehmies bei 14 auf. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Massen groß samt den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in der Welt gekommen ist, um was? Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben, würden zum ewigen Leben. Den König der Ewigkeit aber, den unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, seine Ehre und Ruhm, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Titus Kapitel 1, nimm mir Kontext. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Außerwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Fahr mir runter zu 7. Hier sind die Voraussetzungen eines Aufseher. Also ein Aufseher wäre heute ein Pastor, eine Kirche zum Beispiel, oder jemand wie ich, die das Wort Gottes hier wahrhaft präsentieren will. Okay, Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jesornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht geweihtätig, nicht nach schenklichen Gewinn strebend, sondern gasfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht, Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er entstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Interessant ist, wie Paulus es weiter hier schreibt, gegen Irrlehrer, und die kennen wir ein paar von. Denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer besonders außer Beschneidung, diejenigen, die das Gesetz predigen. Denen muss man im Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinneswillen. Einer von ihnen, ihr einiger Prophet, hat gesagt, der Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf, was? Judische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. So, Titus 3, nehmen wir wieder, wie immer, Kontext, beginnen wir bei 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um die Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des was? des Heiligen Geistes. Denn er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß das Erben des ewigen Lebens wurden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die wen? Für die Menschen. Interessant ist, wie Paulus weiterschreibt über sekterischen Menschen und unnützigen Streitfragen über das Gesetz. Vers 9 Die törichtigen Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektirischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn jemand das Gesetz predigt, wie Markus Müller, Entschuldigung, aber ich muss es sagen. Wenn jemand das Gesetz predigt zur Erlösung, das ist unnütz und nichtig und man sollte den zurechtweisen, zweimaliger Zurechtweisung abschreiben. Wir sind durch die Gnade gerettet und nicht durch das Gesetz von Moses, dass Israel gegeben wurde und nicht uns die Kirche. Das Gesetz ist in unseren Herzen geschrieben. Wenn jemand an das Paulus Evangelium glaubt, wird sein menschlicher Geist, der durch Adams Fall gestorben ist, lebendig gemacht. Im Moment des Vertrauens wohnt Gott auch mit seinem eigenen Geist, den Heiligen Geist, in uns. Er kommt, um für immer in uns zu wohnen. Epheser 1, 13 und 14, Römer 8, 9, 15 und 16, 1. Korinther 3, 16 Epheser 1, 13 und 14 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangelium, eure Errettung, gehört habt. In ihm seid auch ihr, als er gläubig wurde, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. So, Römer Kapitel 8, 9, 15 und 16. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Denn ihr habt ja nicht ein Geist der Knechtschaft entfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft entfangen, in dem wir rufen, Aber Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. 1. Korinther 3, 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Heilige Geist des Gottes fand eure Anzahlungen an uns. 2. Korinther 1, 22, Gefäße 1, 14 Als Versprechen für zukünftige Segnen. Paulus erwendet das Wort Aravon, das für ernsthaftes Geld verwendet wurde. 2. Korinther 1, Nehmersbeich 2, 21 auf Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesleibt hat, er hat uns versiegelt Das sind alles wundervolle Neuigkeiten. Leider sind jedoch nicht alle gute Nachrichten. Wir behalten immer noch unsere alte Natur. Es existiert immer noch und rebelliert gegen Gott. Deshalb sündigen Christen. Paulus beschrieb diesen Zustand in seinem Brief an die Galater. Paulus ermahnt uns zum Wandel im Geist. Galater 5, 16 durch 26 So, Galater 5, Ermahnung zum Wandel im Geist. Ähm, Vers 16 Ich sage aber, wandle den Geist, so werde dir der Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehrbruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Sauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Halt mal kurz an. Wir werden nachher über Erben sprechen. Das hat nichts mit hier der Lösung zu tun. Wir sind schon gerettet. Wir kommen in den Himmel. Erben bedeutet ganz was anderes. Es hat was mit Belohnung zu tun. Das werden wir gleich hier feststellen. Vers 22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gute, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaft und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Lass uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Nach unserer Lösung haben wir alle den Heiligen Geist, der sein heiligen Zwerg in uns beginnt. Aber nicht alle Christen wachsen spirituell so schnell wie andere. Manche Christen bleiben oder wandeln länger im Fleisch als andere. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht gerettet sind. Die Erlösung ist im Moment des Glaubens beschlossene Sache und kann nicht verloren gehen. In der Kirche von Korinth herrschen unter den Gläubigen Eifersucht, Streit, Zwietracht und sogar noch schlimmere Dinge. Sie wandelten nicht in Geiste, sie waren im Fleisch. Paulus nennt sie Babes in Christ, King James Version oder Unmündigen Schlachter. 1. Korinther 3.1 Weil sie ihren christlichen Wandel noch nicht gewachsen seien. Zum Beispiel, normalerweise jedes Kind kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Sie sehnen sich danach, Teenager zu werden, einen Fühlerschein zu machen und erwachsen zu werden. Ebenso gibt es in Leib Christi die, die danach streben zu wachsen. Sie möchten ein tieferes Bewusstsein für christliche Wahrheiten, einen stärkeren Lebensglauben und eine Reife in ihrem Leben erlangen. Dieser Hunger ist lobenswert. Spirituelles Wachstum ist wichtig. Spirituelles Wachstum erlangen wir nur durch das Studieren und das tägliche Lesen in Gottes Wort. Bevor ich in den Dienst berufen wurde, wandelte ich mehr im Fleisch als heute. Ohne zu prallen, habe ich über die Jahre bemerkenswerte Veränderungen in meinem Leben bemerkt. Ich habe ein starkes Verlangen, die Bibel zu lesen, das ich vorher nicht hatte. Ich kämpfe immer noch, zwar mit der Sünde, aber wenn wir ehrlich sind, tun wir das alle und werden es auch tun, bis wir von der Gegenwart der Sünde befreit sind. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther ermahnt er sie. Er sagt ihnen, dass sie Gottes Wünschen nach ihrem persönlichen Wachstum nicht erfüllen. Sie wandelte im Fleisch. Nun, die Korinther waren bereits gerettet und Mitglieder des Leibes Christi, aber sie lebten und handelten immer noch wie kleine Kinder, die in ihren christlichen Wandeln noch nicht gewachsen waren. So, 1. Korinther, Kapitel 3. Es geht um hier geistliche Unmündigkeit und Spietracht in der Gemeinde. Und ich, Paulus natürlich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleißigen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr könntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Spietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener durch ihr, die gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jeden gegeben hat? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der welche pflanzt, noch der welche begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welche pflanzt und der, welche begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich, als ein weiser Baumeister, den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemanden legen, außer den, der gelegt ist, Welche ist Jesus Christus? Wenn aber jemanden auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag, der Tag Christi oder der Richterstuhl Christi wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand ins Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand ins Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, Verluste, Belohnung, aber er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Jeder Christ hat ein versprochenes Erbe und am Richterstuhl Christi werden wir darüber hinaus für die Werke belohnt, die wir hier auf Erden getan haben, seien sie gut oder schlecht, so in Korinther 5, 10. Unser Dienst für Jesus wird am Richterstuhl Christi offenbart. Die schlechten Werke werden verbrennen, Holz, Heu, Stroh, Aber die guten Werke werden belohnt, Gold selber und kostbare Steine. Manche Christen werden überhaupt keine guten Taten vorweisen können, aber sie sind trotzdem gerettet, so wie durchs Feuer hindurch. Sie haben ihre Belohnung verloren. Fleischige Christen beschäftigen sich mit fleischlichen Wünschen. Ständig streben sie nach wesentlichen Dingen, sie befriedigen ihre fünf Sinn und ihre Gelüste und geben sich die drei hauptquellen der Lust nach. Der Lust des Auges, der Lust des Fleisches und den Stolz des Lebens. Fleischige Christen erliegen der Verführung des Bösen. Fleischige Christen verbringen mehr Zeit in der Welt wie im Wort der Wahrheit. Spirituelle Christen folgen den Geist und den Wort Gottes. Am Richterstuhl Christi erwartet sie geistliche Segnung und Belohnung. Spirituelle Christen verbringen mehr Zeit mit dem Wort der Wahrheit. Sie leiden für Christus. Alle wiedergeborenen Christen sind gerettet, egal wie sie ihr Leben führen und alle werden entrückt. Lasst euch von niemandem etwas anderes beibringen. Die Erlösung ist ewig. Einmal gerettet ist immer gerettet. Aber ist es nicht besser im Geist zu wandeln und himmlischen Belohnung zu empfangen oder hier auf der Erde Besitztümer und Schätze anzuhäufen, die wir sowieso nicht mitnehmen können? Hiob 1,21 Und er sprach, Nackt bin ich aus dem Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Paulus verwendete in Koinig-Griechisch drei Varianten für das Wort Erben. Das war in biblischer Zeit der allgemeine Dialekt, der im Römischen Reich als Gemeinsatzsprache verwendet wurde. Moderne Bibelübersetzungen können aufgrund der Wortwahl verwirrend sein. Schauen wir uns also das griechische Lexikon von Taya an, um zu sehen, was diese alten Wörter tatsächlich bedeuten. So, das erste Wort, hören wir uns das mal an. Kleranomeo. Okay. Und das ist das Wurzelwort, ja, das ist das Schlüsselwort. Wir sind in Textus Receptus, das ist der pure Wort Gottes. Hier ist der biblische Gebrauch. Viele erhalten, nach und nach erhalten, insbesondere einen Teil der Erbschaft erhalten, als Erbe bekommen, durch Erbrecht erlangen. Erbe sein, erben, den einen zugeteilten Anteil erhalten, einen zugeteilten Anteil erhalten, als Eigentum oder als Besitz erhalten, Teilhaber erlangen an. So, das nächste, das nächste ist, gleich danach, und der nächste auch. Wir sehen, wie das übersetzt wird. Strong's G, 2817, Kleranomea. Kleranomea. Und es wird so gebraucht. Eine Erbschaft, ein durch Erbschaft erhaltenes oder zu erhaltenes Vermögen, was einem als Besitz gegeben wird, der ewige Seligkeit des vollendeten Reiches Gottes, die nach der sichtbaren Wiederkunft Christi so erwarten ist, der Anteil, die ein Individuum an diesen ewigen Seligkeit haben wird. So, das nächste. Strong's G, 2818, Kleranamas. 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 Jemand, der durch ein Los einen Erben erhält, eine Erbe, im messianischen Sprachgebrauch, jemand, der seinen zugeteilten Besitz durch das Recht der Sohnschaft erhält, jemand, der ihn zugeteilten Anteil erworben oder erlangt hat. Und wie wir wissen, wir sind alle gerechtfertigt, wir sind alle wiedergeboren, wir sind Söhne Gottes, wir sind der Sohnschaft versprochen, also wir sind alle Erben. und der biblische Gebrauch wird am meisten benutzt als jemand, der durch das Los einen Erbteil erhält, eine Erbe. Das heißt Belohnung. Die Dinge, die wir tun hier auf Erden, wir werden den Himmel erben. So, 1. Korinther 6, jetzt haben wir das Wort Erben hier erklärt, biblisch, mein Dufti. Jetzt sehen wir, was Paulus schreibt über die Ungerechte und das Reich Gottes nicht erben werden. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, wer sind Ungerechte, Ungläubige, ungerechtfertigte Leute, verlorene Leute, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, wie der Unzüchtige noch Götzendiener, wie der Ehrbrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, wie der Diebe, noch Hartzüchtige, noch Trunkenbeute, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Und solche seid endlich von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, im Namen des Herrn Jesus und in den Geist unseres Gottes. Amen. Und es geht weiter. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich würde mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Gott wird diese und jene wegtun. Das ist Heiligung. Das macht der Heilige Geist nach und nach. Wenn man hier mehr und mehr in das Wort Gottes ist, wird der Heilige Geist diesen und jene wegtun. Und es geht weiter. Der Leib ist aber nicht für den Unzug, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass ihr euer Leib Glieder des Christus sind? Soll ich nun den Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder draus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass ihr wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flied der Unzucht jede Sünde, die ein Mensch, sonst begeht es außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, dies in euch wohnenden heiligen Geistes ist, den ihr von Gott Empfang habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in euren Leib und in euren Geist, die Gott gehören. Wie wir gesehen haben, können wir also eine Erbe oder Vermögen in den Himmel aufbauen, wenn wir im Geiste wandeln, aber ist es möglich 24 Stunden am Tag? Wir alle haben weltliche Verpflichtungen, die wir in Fleisch erledigen müssen. Zum Beispiel Kindergeburtstage, Schulaktivitäten, Fußball schauen, Fernsehserien, Hobbys, Feiertage, Urlaub machen, Vereinsaktivitäten und all die anderen Dinge, die uns von Gott ablenken. Gott weiß das alles natürlich und er hat versprochen, dass er, welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Gott ist nicht an unseren Fleisch interessiert, er blickt auf unseren Herzen. Wer nach dem Geist lebt, denkt an die Dinge des Geistes. Sie sind daran interessiert, die Bibel zu studieren und den Willen Gottes zu tun, wie Gott es für sein Leben vorgesehen hat. Alles beginnt im Kopf. Paulus hat sehr viel über die Sinne zu sagen und darüber, wie wir durch die Erneuerung unserer Sinne den Geist Christi erlangen können. Wir werden ein paar von diesen Versen anschauen. So, Brümmer 12, nimm die ersten zwei Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Bruder, also er spricht zur Gläubigen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefallenes Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die was? Die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer Römer 15 5 und 6 Der Gott des Aushands und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmutig mit dem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. 1. Korinther 2 14 durch 16 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihn ein Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemanden beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre. Wir aber haben den Sinn des Christus. Kolosser 2 Vers 18 Lasst nicht so, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, in den er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. 1. Timotheus Kapitel 1 Nimm es bei 5 auf. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinen Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnutzendem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkunden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einen Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern gesetzlosen und widerspenstigen gottlosen und sündern und heiligen und gemeinen solcher den Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, unzüchtigen, knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, mein eigenen und was sonst der gesunde Lehre widerspricht. Nach den Evangelien der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. So, letzte Vers oder Passage für heute, Titus Kapitel 1 Neemius bei 13 auf. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien in Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das Studium und Lesen unserer Bibeln hilft uns geistig reifer zu werden. Im Wort Gottes liebt Kraft, es dringt in die Seele ein und vermittelt uns die Gesinnung Christi, wenn wir es lesen. Hebräer 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Entweder sind wir fleischlich oder spirituell gesinnt. Wenn wir spirituell gesinnt sind, werden wir natürlich im Geiste wandeln. Wenn wir fleischlich gesinnt sind, werden wir im Fleisch wandeln. So, das war es also mit diesem Video, liebe Geschwister. Ich hoffe, dieses Video hat einige dazu ermutigt, mehr im Geiste zu wandeln. Es wird sich am Ende lohnen. Lasst uns geduldig auf das glorreiche Erscheinen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus warten. Ich liebe euch alle im Herrn. Maranatha. ие Jacket S S S S S S S S Vielen Dank.